Das ist ein großer Großbauer. Groß? Ja, ist ja nicht groß. Groß. Er ist ein Dorf, Garber, immer Friedhof. Er hat die Seierhörter gemarrt. Wir haben uns nicht gefragt, dass er das Gott mag, weil es nicht alles kann. Dann hat er gesagt, wir haben nichts zur Arbeit. Dann hat er gesagt, sie tut ja alles. Wir haben 25 Jahre dann präsentiert. Da ist nie geschaut worden, wenn er nicht bescheiden wird. Das ist ja böse. Das ist ja böse. Markus! 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 Herr Habe da gespielt, haben wir in den Zielen. Kannst du mit den Flasern reißen? Ein Junge! Wie ist das? 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 Ich brauche mich nicht. Ich brauche jetzt mal eine Arie. Also, ich habe es ihm immer gesagt. Kannst du das Verwendel Lied überhaupt? Das hat er aber schon zu leise gesagt, oder? Der Gerhard-Konzept hat, der Gerhard-Konzept. Geh in den Haaren! Da gibt es auch Abnahmen, oder?